Die führenden Weltmächte sind dafür verantwortlich, die Welt davor zu bewahren, in ein nukleares Chaos zu gleiten, sagte der stellvertretende russische Außenminister Sergej Ryabkov. Ryabkovs Äußerungen auf einer Konferenz in Moskau waren eine Antwort auf den prominenten Rüstungskontrollexperten Alexei Abarthoff, der vorschlug, dass die multipolare Welt ohne Dialog über strategische Stabilität zwischen Russland und den USA ins nukleare Chaos abdriften könnte. Abarthoff hatte gesagt, dass solche Gespräche wieder aufgenommen werden sollten, wenn der Krieg endet, wobei auch Nationen wie China, das Vereinigte Königreich und Frankreich beteiligt sein sollten. Während der Konferenz sagte Ryabkov, Russlands führender Diplomat für Rüstungskontrolle, dass Russlands Fortschritte in der nuklearen Abschreckung bedeuten, dass seine Sicherheit für Jahrzehnte gewährleistet sein wird, selbst in einer Welt, in der die künstliche Intelligenz voranschreitet. Auf die Frage, ob Russland die nukleare Sicherheit in einer Ära des KI-Wettbewerbs gewährleisten könne, sagte er, in den letzten Jahren wurde im Bereich der nuklearen Abschreckung eine solche Grundlage geschaffen, dass wir unsere eigene Sicherheit für Jahrzehnte gewährleisten können. Unsere gemeinsame Aufgabe ist es, zu verhindern, dass die Welt und vor allem die multipolare Welt in nukleares Chaos abgleiten, sagte er.